Bereits bis beste Wochenende aller Zeiten? Ja und ob! Yes! Hey, Jojo, mein alter Freund. Hallo, Adolf. Was ist denn los, kleiner Mann? Die nennen mich ein Hasenfuß. Jojo Hasenfuß! Sollen Sie doch sagen, was Sie wollen? Über mich haben die Leute haufenweise fiese Dinge gesagt. Oh, der Kerl ist wahnsinnig. Oh, seht euch diesen Psyche an, der wird uns noch alle umbringen.